Die traditionelle chinesische Medizin hat eine 5000 Jahre alte Geschichte. Sie ist echte Erfahrungsmedizin und basiert auf einer ganzheitlichen Behandlung mit Akupunktur, Massage und Kräuterbehandlung. Die Chinamed-Zentren sind den höchsten Qualitätsansprüchen verpflichtet. Dieser Grundsatz gilt auch für die Auswahl der chinesischen Ärzte. Wir verfügen über ein weites Netz von direkten Kontakt. Diese Beziehungen erlauben eine Erstklassige Selektion von chinesischen Ärzten mit TCM-Universitätsanschluss und langjähriger Praxis-Erfahrung. In unseren Zentren arbeiten westliche Schulmedizin mit den chinesischen Ärzten zusammen. Eintrittsuntersuchungen werden in der Regel von westlichen Ärzten und Ärztinnen übernommen. Die TCM-Behandlung jedoch wird ausschließlich von chinesischen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt. Das Verhältnis zwischen westlichen Ärzten und ihren TCM-Kollegen ist geprägt durch gegenseitigen Respekt und Anerkennung. Sind Sie auf der Suche nach einer ganzheitlichen Therapie ohne Nebenwirkungen oder wollen Sie Krankheiten vorbeugen, dann sind Sie bei uns am richtigen Ort. Unsere chinesischen Spezialistinnen und Spezialisten haben Jahre, oft jahrzehntelange Erfahrung in der Akupunktur, Duina- und Anmo-Massagen und der Behandlung mit Heilpflanzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017